Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir ein ganz besonderes Behind-the-Scenes-Video teilen. Und zwar war das das Shooting des Maxi Magazins, das ich hier in den Händen halte. Da habe ich wirklich mega, mega über dieses coole, frische Frühlingscover. Ich hatte wirklich ein ganz tolles Team am Start. Und zwar natürlich ohne Model geht gar nichts. Tim am Cover, Julia Bachmeier war für Haare und Make-up zuständig, Kathleen Kiss für das Styling. Wir haben hier im wunderschönen Studio 3-7 fotografiert und natürlich geht es ohne einen ganz besonderen Mensch nicht. Und zwar der Mann hinter der Kamera, der steht auch gerade hier, Daniel Petz. Vielen Dank dafür, für das coole Behind-the-Scenes-Video. Und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht länger um den heißen Ball rum. Wir schauen uns einfach mal an, wie dieses Cover entstanden ist. Und ich würde sagen, ich werde jetzt ganz willkommen rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.